wir haben zuerst einen intro triple mit dem wir anfangen mit der doppelläufigen hab zuerst gedacht das ist ein doppel nein ein triple und dann der oasis push um das spiel genau noch zu gewinnen wir sind gerade vorne gegner haben die zone und sie versuchen da auch noch zurück zu kommen und ich pushe auf der linken seite mal mit lmg was auch immer das ist wird gerade gelevelt nach vorne und versuche sie davon abzuhalten in die zone die zone weiterhin einzunehmen da kommen jetzt noch ein paar kills dazu der sniper der der frühere stürmt zum sein eigenes dimbit klickt das eingeht natürlich auf der seite beim ruffen dann auch mehr noch episch muni rein mit viel feuer im hintergrund kommen aber nicht zum nachladen weil dann ist schon der erste push der dann niedergeschottkannt wird mit der doppelläufigen die wirklich alles gilt vor dir und dann war es das auch mit dem kurzen lauf aber der flammenwerfer wurde freigeschalten und mit dem flammenwerfer werde ich jetzt noch weiter pushen während wir in unterzahl unterzahl sind wir nicht ganz aber die punkte sind schon ziemlich ausgleichend die gegner führen schon und ich pushe noch schneller in die patrouillenzone rein damit ich da die gegner auch ausräucher krieg auch ziemlich viel schaden zugeschickt aber push sie nach hinten damit wir die zone einnehmen können und es auch gewinnen was unser team dann auch macht und da kriegen die gegner auch noch schnell hunde was auch noch sehr toll ist und die hunde brennen anscheinend nicht sehr stark und dann war es das auch eigentlich mit mir das war nur ein schneller nach vorne pusht damit wir das spiel gewinnen da ist dann auch der 200 erreicht und das sieg geholt genau noch in der letzten sekunde was nicht so das stärkste spiel war ich glaube ich habe 42 14 oder so gespielt die letzten 10 kills mir noch geholt und dann in der killcam haben wir noch mal den schönen triple kill der dann noch mal das spiel für uns beendet und noch mal kurz zeigt wie schlecht die killcamps sind wenn man nichts erkennt ja tschüss